Ja, doch noch am Donnerstag. Ich habe immer noch Mails vorzulesen, aber ich habe mich so hingeflitzt jetzt, Hausschuhe und alles, weil ich muss schon gar nichts erklären. Es sind zwei Mails, die alles erklären. Also ich muss mich quasi nicht konzentrieren und nicht so Struktur mir merken und was weiß ich. Ich kann einfach hier lesen. Ja, und du musst stehen. Ja, also er kommt hier von einem Mann eine Rückmeldung zu diesem Thema zu großen Schamlippen und operieren und all das. Er hat die Blogs gerade auf YouTube entdeckt und ist begeistert. Und dann sagt er ja, ja, deine Intention. Er hat ein paar von den Blogs geguckt zu diesem Thema. Das ist ja, dass Frauen sich nicht die gefühlt zu großen kleinen Schamlippen operieren lassen sollten, nur weil sie scheinbar auf den ersten Blick nicht ins persönliche Konzept passen. Dieser Meinung bin ich auch, sagt er, zumal die Individualität genommen wird. Naja, aber das hast du ja im Video auch gesagt. Außerdem finde ich persönlich, dass es auch sehr reizvoll sein kann, beim Oralverkehr etwas mehr im Mund zu haben. Verzeih mir bitte meine Direktheit. So, ich wollte ganz kurz was sagen zu dem persönlichen Konzept. Ich hatte gerade tatsächlich so eine Klientin, die genau damit unzufrieden war, die aber nie darüber nachgedacht hat, was ist das persönliche Konzept. Sie hatte nur als Jugendliche eine ziemlich blöde Bemerkung zu der Länge von einer der Schamlippen gehört. Und seitdem denkt sie, ihres sieht blöd aus. Wir haben gestern ganz viele angeguckt, ganz viele Schamlippen. Ich habe hier Bücher und es gibt ja auch dieses vulva-projekt.ch. Und als sie diese ganzen anderen Schamlippen sah, ja, da sagt sie, irgendwie sieht meine doch ganz gut aus. Also ich fordere echt dazu auf, guck mal deine an und überlegst dir erst, ob die gut oder nicht gut ist, bevor du irgendwie denkst, du musst was abschneiden. Er sagt, entsetzt bin ich seit Langem über solche OPs, deren Ziel ich unendlich schade finde, wenn es keine physischen Probleme gibt, wie was weiß ich, Fahrradfahren tut weh und so. Auch ich, sagt er, habe wie dein Kameramann schon mehrere Sexualpartnerinnen gehabt, die untenrum alle unterschiedlich waren. So individuell wie ein Fingerabdruck. Ja, auch ich habe sie alle akzeptiert, so wie sie waren und fand es gut. Es war nie etwas nicht schön. Der Körner sagt, et küt, wie es küt oder so. Weißt du, was das bedeutet? Nee, nicht wirklich. Es steht, es kommt, wie es kommt. Ach so, alles klar. Ja, und das sehe ich in allen Lebensbereichen und besonders in diesen auch so. Und der Witz war auch, diese Dame gestern hatte gar kein Problem mit den unterschiedlichsten Penissen, die sie gesehen hatte. Ob krumm oder mit oder ohne Vorhaut, sie sagt, nö. Ach, meinte sie denn, ich verstehe. Ja, jetzt kommt das Ende der Mail. Er will es zum Abschluss bringen und meine weiteren Videos angucken und das unterstützen, meinen Kampf gegen die Selbstverstümmelung und Beseitigung großer innerer Schamlippen, weil es bringt doch nichts, die abzuschneiden. Höchsten Schmerzen, Kosten und verlorenes Gefühl. Ja, genau. Also, Männer lassen uns den Schniedelwurz doch auch nicht mal operieren. Ja, et küt halt, wie es küt. Ja, Felix, ich habe noch einen Mini-Antrag, wie heißt es, Nachtrag zur Blase. Okay. Darf ich? Ja, darfst du, aber ich muss noch kurz dem Publikum mal sagen, wundert euch nicht, dass das da hinten hinter an Marlene so hell ist, weil die Sonne kommt und geht. Kann das sein, dass der Frühling gerade oder wie? Ah, okay. Aber der ist gerade für den Kameramann nicht so praktisch. Ja, ein Auf und Ab, wie das Leben. Toll. Also, nein, ich habe was ganz Wichtiges zu der Blase. Wir hatten doch schon mal einen Arzt befragt zu der Tatsache mit der Pille und Herr Gerhard Lorenz und er hat freiwillig mal noch was reingeschrieben nach unserem Blasen-Blog quasi. Also nicht das Blasen, sondern Blase pinkeln. Und er schreibt, liebe Frau Henning, ich habe gerade Ihren YouTube-Blog zu Blasenentzündungen durch Sex gesehen und möchte etwas ergänzen. Durch die anatomisch kurze Harnröhre der Frau gelangen beim Sex leicht Keime in die Blase. Wenn die Blase nach dem Sex nicht vollständig entleert wird, können sich die Keime in der Blase vermehren. Ja, also er empfiehlt, zu Toilette nach dem Sex und auch mehr trinken. Davor und kurz danach. Das finde ich eine echte interessante Sache, weil er schrieb mir nämlich am nächsten Tag auch eine Frau, dass sie das damit erledigt hatte für sich. Und am gleichen Tag schrieb er später nochmal, er hat was von der Medizin Verlag bekommen, wo es auch um dieses Thema geht. Was kann ich tun, um zu vermeiden, Blasenentzündung zu kriegen? Und die lese ich kurz vor. Das sind fünf, sechs Stück. Ausreichend trinken, mindestens zwei Liter pro Tag. Vollständig regelmäßig Entleerung der Blase. Also das heißt auch unabhängig vom Sex einfach auch regelmäßig zur Toilette gehen und nicht dieses halten. Dann nach dem Geschlechtsverkehr pinkeln und keine übertriebene Genitalhygiene. Das ist wichtig, weil die körpereigene Vaginalflora schafft das alleine. Dann Vermeidung von Intim-Sprays und vielleicht sogar, wenn man es immer wieder bekommt, kann es was bringen, wenn man die kontrazeptiven Methode, also die Pille, die, wie heißt das jetzt, die, äh, Felix. Ich habe keine Ahnung. Das deutsche Wort, wenn man versucht zu vermeiden, Kinder zu kriegen. Verhütung. Verhütung. Danke. Also vermeiden von diesen Scheidendiafragmen und diese Spermiziden bei der Verhütung. Genau. Und wenn es denn schon passiert ist, Wärme. Also Wärmflasche. Das finde ich ganz wichtig, weil ganz viele Frauen leiden unter immer wieder kommenden Blasenentzündungen. Und so kann man die vielleicht vermeiden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.